Hallo, Ralf Tütütek hier mit einem Video aus der Reihe. Ich wollte nur kurz was erzählen zu der Restaurierung von diesem Western hier, was es called the Scalador heißt. Viele Filme, also viele Studios, die ältere Filme restaurieren. Bei vielen ältere Filmen funktioniert es sehr gut, dass der Tool auch gut restauriert wird. Aber bei diesem Film ist es ganz anders. Beim Restaurieren des Tons haben die keine große Mühe gegeben. Der Ton ist gar nicht so gut restauriert. Und diese Blu-ray hat über 10 Euro gekostet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja gut, das wollte ich zu diesem Film erzählen. Und das war's mit dem Video. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ja gut.